Das letzte Mal bei Underhell Au! 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 Mann, was ist los? Au! Und so geht's weiter. Guten Tag, Freunde. Ich bin hier gerade wieder am Vermöbeln, wie es sein soll. Und guck mal hier, ich kann nicht schlagen. Das hat irgendwie echt gebackt. Ich konnte einfach nicht zuschlagen. Und jetzt komm her, jetzt wird das Ganze anders aussehen. Hey! Hey! Nimm das! Dann stirb endlich! Okay, er ist tot, glaube ich. Man muss einfach den Kampf fühlen, weißt du? Man muss voll dabei sein. Hab ich jetzt auch verloren, oder was? Oh, ich hab verloren! Hallöchen. Okay. Oh, sind wir wieder zu Hause? Oh, ja, hoffentlich! Sind wir... Nein, oder ist es unser Badezimmer? Es kann sein, dass wir jetzt in unser Bade... Nee, wir haben, wir haben... Ah, stimmt. Schon wieder? Ich hatte dich responsible für das. Und ich werde sicher, dass du direkt in die Höhe gehst, für was du getan hast. Okay. Was war das? Was war das? Ich hatte gerade irgendetwas an meinem Kopf, oder so. Hä? Oh, nein! Die Puppertät! Ich hab sie nämlich übersprungen, und deswegen synchronisiere ich ihn auch jetzt, weil er hat keine Sprachausgabe, weil er wie ein dreijähriges Mädchen klingt. Ungefähr so. Deswegen, ähm... Hat er auch keine Sprache. Sprech dich wieder. Ist das unser Schlaf? Hä? Wo sind wir denn hier gelandet? Das ist nicht unser Schlafzimmer. Nee, das ist... Wenn, dann haben wir was umgestellt, oder so. Oh, zum Teil sind wir hier gelandet, du. Gibt es hier irgendein Wissen ein? Aber schöne Lichteffekte. Wir können nicht laufen. Das ist auch richtig toll. Komm! Ähm... Äh... Doppelte Geschwindigkeitspower! Die ist angekommen! Wenn ich hier... Oh, nein, nicht schon wieder. Ich muss starte, kürzen. Okay, okay. Wo, 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 wo? Hä? Oh, Gott, 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 oh, Gott. Oh, da, da ist es. Das könnte so ein Running Gag werden, keine Ahnung, in meinen Videos, dass jemand einfach plötzlich reinrennt, meine Freundin einfach so rumrollt. Nackt. Aber das hättet ihr wohl gern, ne? So. Das kommt durch solche schweinischen Ideen. Was? Das war meine Ideen? Nein, nein, die habt ihr mir in den Kopf gepflanzt. So. Ah, wir können hüpfen. Sehr gut, können wir auch sprinten? Nein, noch nicht. Warte, ist die Maus langsam geworden? Da ist nichts drin. Kann ich das hier kaputt machen? Auffauen. Ah, okay, wir können es ihn. Ah, Löcheln. Aha, nichts. Das Spiel soll ja jetzt beginnen mit den Schockern, ne? Da bin ich echt gespanikowski. So, und... Flaps! Wo sind wir gelandet? In Silent Hill, oder was? Underhell, Silent Hill. Beide haben ein H im Wort. Ist da nix? Ist das... Ah, das, was du bedeutet... Ich weiß es nicht. Warum flackert das so komisch? Das kenn ich doch irgendwoher. Das hatten wir doch schon mal. Aber woher kenn ich das? Hey! Hey! Mach das noch einmal! Ja! Wir dürfen rein, du. Endlich. So, ich fühl mich gleich viel besser. Wir haben eine Lebensanzeige. Wir haben eine Lebensanzeige. Oh, oh. Haben wir vielleicht wieder hier alle getötet, hier im Gefängnis? Kann das sein? Und deswegen haben die gesagt, ey, du hast schon wieder tausend Menschen getötet. Oh Gott, es fängt an, oder? Es fängt an, gruselig zu werden. Moment kurz. Ja, ich hab meine Windel an. Ich hab meine Windel an. Mom. Ja. Okay, weiter geht's. Was ist hier los? Das kann doch nicht sein. Das ist so düster hier und so. Guck mal, alles zerbrochen. Was ist hier los? Oh, ein iPad! Ich könnte euch durchlesen. Irgendwas. Ein Inmate wurde in der Knochen heute. Multiple cuts on their arms. Ach so, das bin ich. Okay, das bin ich. Ups! Oh Gott! Ich hab's weggeschmissen. Ähm. Liegen hier irgendwo Schrotflenten rum oder sowas? Oder andere Knarren oder sonst was? Klopapier, das ist gut. Klopapier schon mal zu haben, ist sehr gut. Mhm. Da kommen wir auch nicht raus. Wer hätt's gedacht? Wie komm ich da jetzt noch hoch? Ähm. Ah, Kiste. Sehr gut. Yes! Ab! Nein! Ach so. Moment mal, aber hä? Wieso ab? Wieso ab? Was ist hier? Schmeißen wir es mal nach vorne. Und nach links. Mathbay. Security. Oh, ich mag Geschichte nicht. Ich mag Geschichte ganz und gar nicht. Hi. Ah! Was? Was, was, was? Du kommst ja nicht rein. Du kommst hier rein! Oh Gott! Du kommst hier... Oh Mann! Der kann sich ducken. Zumachen den Mist hier. Oh, ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Ich hab Äpfel ver... Oh, guck mal. Hier ein Sandwich. Sehr gut. Leute, beruhigt euch. Wir haben ein verdammtes Sandwich. Okay, jetzt geht's los mit dem Horror, oder was? Was hier? Jetzt geht's los. Und ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. What's going on? I need to find a way out. Okay. Vielleicht sind wir ja richtig. Keine Ahnung. This way. Okay. Look up. Keep going. We keep going. Und hoffen, dass nichts in unser Gesicht flowing tun. Wie zum Beispiel ein Jumpscare. Schlechtzweck, ja. Einfach, was ich hier reinmacht. Oh! Gott! Ich bin nicht auf eine Falle getreten. Voll in meine Geschichte. Oh. Tut mir leid. Tut mir leid, ey. Hey. Ja, richtig. Es hat gar nichts gebracht. Guck mal, ich hab überlebt. Oh. Oh, hey. Erstmal die Schuhe mitnehmen. Ich soll grab die Schuhe mitnehmen. Ah. Ach, das ist hier so. Ah. Ja. Hm. Okay, klar hab ich dir zugehört. I read that in the magazine. I should investigate the locker security room. Der Typ hat nur irgendwas von geredet, dass er mit Krebs oder sowas. Keine Ahnung. Interact with characters. Nein, 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 nein. Believe it. Of all the things he... Yes, wir haben eine Waffe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hm, ja, hm. Okay, wir müssen jetzt irgendwie zum Security-Dingsbums. Ähm, da geht's aber... Ah, okay, alles klar. Gut. Where is the Security-Lugger? Okay, Dean. Ah, da ist ein Tier, okay. Upsi. Mhm. Da, unlocked. Ah! Maybe I can kick it open. Ah, wie geht das nochmal? Ähm, warte, hab's gleich. Ah! So geht das hier. Erstmal den Apfel essen und erstmal hier checken. Könnt ihr euch durchlesen. Sexy FaceTime. Einfach pausieren und durchlesen. Vielleicht steht da was Wichtiges drin. Der Butchery-Key soll in dem Wardens-Office in dem High-Security-Block. Okay, der High-Security-Block. Wo ist der High-Security-Block? Wahrscheinlich da hinten. Hört ihr das? Da war doch gerade irgendetwas. Hi! Ähm. Der muss dringend aufs Klo, deswegen. Ach Gott. Ja, auch Monster müssen ihre Bedürfnisse befriedigen und ihre Verlangen nachgehen oder so. Oh Gott, ich hoffe, der befriedigt seine Bedürfnisse nicht an mir. Da oben können wir irgendwo hin. Und hier drin können wir uns anscheinend immer verstecken. Kommt das Vieh jetzt einfach so? Random-mäßig aufgetaucht oder so? Kann das sein? Southwing. Aha. High-Security-Block-Showers. Ah. Okay. Versteckowski. Wir müssen da hin, hä? Hi! 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 Game over. Okay. Muss ich hier in den East-Block? Nee, ich muss hier in den High-Security-Block, ne? Dann hab ich schon ganz vergessen, wo wir hin müssen. Erstmal verprügeln wir den hier mit voller Kraft. Oh! Oh! Oh nein! Ich werd gegangpankt. Oh nein! Nicht im Gefängnis! Nicht im Gefängnis! Lockst mich im Frieden, du! Ich habe keine Ausdauer, ich habe keinen Ausdauer mehr... Leute... Leute! Komm schon! Regenerier' dich, regenerier' dich! Gesundheit nur noch so wenig! Verdammt! Verdammt ich muss mich heilen! Ja. 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 Sandwich. Das. Okay. Haben wir alles. Puh. Okay. Wir leben. Wir leben. Wir leben. War knapp, aber ist okay. Okay. Äh. Da. You have obtained the kitchen key. Uh, the kitchen key. Sehr gut. Oh, oh. Nein. Nein, 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 nein. Scheiße. Ähm. Das hat sich nicht geöffnet, ne? Der Typ kommt hier hoch. Da sind sie. Schnell weg, 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 weg. Oh, Sackgasse. Oh, geschafft. Mann, ist das actionreich hier. Oh, oh. Der ist auch schnell. Ähm, kitchen key. Wo war die Küche nochmal? Ich bin hier so lang gelatscht, aber die 90% der Zeit, wo ich jemanden verfolgt habe, habe ich geschlafen. Wir sollten den vielleicht umlegen, bevor wir wieder eingekriegt werden, aber der verfolgt mich nicht mehr. Okay. Ha-pisch. 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 Oh, nein. Das ist keine Arme, ey. Was ist hier los, Mann? Irgendeine Krankheit oder so, ne? Die Tür ist unlockt. Das ist die Küche. Oh, da gibt's noch was zu. W-w-w-w-was, was? Da muss man die ganzen Schokoriegel mitnehmen und alles mögliche. Damit man auch naschen kann hin und wieder her, ne? Okay, das geht auf und Butchery. Ah, der Butchery key sollte in der Wardens Office in der High-Security-Block. Aber wo ist dieser High-Security-Block nochmal? High-Security-Block? Wie bin ich da hingelatscht? Ach, das war doch hier mit dem anderen Typen, der uns dann irgendwie abgenommen hatte, der dann gesagt hat, ey, du konntest jetzt gehen. Jetzt übernehme ich ihn. Hier drüben muss es sein. Zeig mal, wo ist die Kitchen? Kitchen ist... Wo ist die Kitchen? Hier ist die Kitchen. Genau. Und... Da ist die Showers Kitchen. Wie geht... Das ist voll kompliziert gezeichnet. High-Security-Block. Wir sind im High-Security-Block. Das muss hier irgendwo sein. Genau, ich glaube... Ah, ja, genau. Ja! Hier werden noch Daten gelassen.